Vater gegen Sohn, Otto gegen Otto, Troy gegen Jeremiah. Ja, es ist mal wieder soweit, Fear the Walking Dead Character Clash, nach langer, langer Zeit geht es hier in die nächste Runde mit, wie gesagt, Troy Otto und seinem Vater, Jeremiah Otto, in einem epischen 1 gegen 1 der Fear the Walking Dead Charaktere. Wenn euch interessiert, wer von beiden gewinnt und vor allem in welchen Kategorien, wer überliegt, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, lang, lang ist es her und da sind wir wieder zurück mit Fear the Walking Dead Character Clash. Lange ist es her und ich habe definitiv wieder mal Bock. Heute mit zufälliger Weise gewählt, Vater gegen Sohn und für die Leute, die dieses Format vielleicht noch nicht kennen, einmal kurz erklärt, wir befinden uns hier in Character Clash. Wir lassen random ausgewählte Charaktere gegeneinander clashen in einem 16er Tournee. Der Gewinner kommt eine Runde weiter, von Gruppe 2 der Gewinner kommt eine Runde weiter und so geht das Ganze bis runter zum Finale. In den ersten Runden gehe ich tatsächlich eher auf meine persönlichen Meinungen ein, zum Beispiel Character Development, epische Szenen aus meiner Sicht, schlechte Szenen aus meiner Sicht, solche ganzen Dinge. Wie sympathisch finde ich den Charakter, was für eine Relevanz hat er in der Serie und das alles schon eher nicht auf Fakten basiert, sondern wirklich in Bezug auf wie ich den Charakter empfunden habe. Dann gibt es am Ende jeder Runde nochmal ein 1 gegen 1. Darauf komme ich schon später zu sprechen, wie das genau abläuft. Wenn ihr die 100%ige Erklärung haben wollt und auch sehen wollt, welche Charaktere überhaupt gegeneinander anclashen, dann checkt gerne das erste Video aus, das werde ich jetzt hier irgendwo einblenden. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand und könnt direkt hier in das Video jumpen. Und genau das machen wir jetzt. Kategorie Nummer 1 wäre das Character Development, also die Charakterentwicklung von Jeremiah und von Troy. Starten wir an der Stelle mit Jeremiah. Ich muss sagen, er hat nicht wirklich viel Charakterentwicklung. Er hat zwar so seine Art, wie er so ist und es verfolgt uns eine ganze Staffel lang, aber man merkt kaum Entwicklung. Also er ist eigentlich relativ irgendwie immer auf dem gleichen Stand. Er hat mal hier und da ein paar gute Momente mit Nick gehabt und auch mit Madison gab es da so ein hin und her, sag ich mal, gut, böse hin und her, sag ich mal. Und ansonsten muss ich sagen, ist er eigentlich auf dem gleichen Stand geblieben. Also wirklich, ich finde, er hat keine große Entwicklung, vor allem weil alle seine Entwicklungen sich dann irgendwie immer doch wieder herausgestellt haben als so von wegen, okay, es war halt doch nicht ernst gemeint, so ich verrate doch alle. Also irgendwie bei Charakterentwicklung habe ich bei ihm jetzt nicht so viel auf dem Schirm gehabt, deswegen gehen wir jetzt direkt zu Troy. Troy ist da ein ganz anderes Pferd. Dieser Typ hat so viele Entwicklungen durch, zu gut, zu böse, von Arschloch zu nett, von cooler Typ zu schlechter Typ. Er kann sich mit manchen Leuten freundet er sich an, mit manchen freundet er sich nicht an und dann verarscht er noch die, mit denen er sich angefreundet hat. Der Typ ist an Charakterentwicklung und Bearbeitung seines Charakters einfach kaum zu toppen. Im Prinzip, Hauptaugenmerk bei Troy ist immer dieses Hin und Her zwischen Gut und Böse. Irgendwie, man versteht schon, warum der Charakter so handelt, wie er es tut, aber auf der gleichen Seite denkt man sich so, wow, das hätte jetzt nicht so radikal oder extrem enden müssen. Was man bei ihm sagen kann, er macht super viel Unerwartetes. Also man weiß zwar, in welche Richtung er ungefähr geht, aber irgendwie das, was dann dann passiert wirklich, ist dann meistens doch so ein Wow-Moment. Man denkt sich so, hey, Troy, mach mal halblang, das muss jetzt nicht so extrem sein. Alleine sein erster Abgang, beziehungsweise sein erster Tod, war halt sehr unerwartet und hat auch einfach zu seiner Charakterentwicklung wirklich gut weitergeholfen. Und auch im späteren Verlauf heißt in der letzten Staffel, beziehungsweise war es die letzte Staffel von 4, wo er dabei war? Ja, es war die letzte Staffel. Da merkt man nochmal, die Charakterentwicklung geht nochmal weiter, aber da ist es weiterhin dieses Hin und Her. Also im Prinzip, Troy ist einfach sein ganzes Leben auf dem Pfad zwischen Gut und Böse, richtig und falsch. Auch wenn ich immer wieder sage, in The Walking Dead, als auch in Fear the Walking Dead, gibt es nicht wirklich Böse und nicht wirklich Gut. Aber Troy ist so das Beispiel dafür, so okay, er weiß, er will das Richtige machen, macht es aber irgendwie dann doch falsch. Und das ist sein ganzer Charakter, der so aufgebaut wird, immer dieses Hin und Her zwischen Gut und Böse. Und das muss ich sagen, passt doch zu dem Charakter. Man muss sagen, sein Ende, kann man jetzt mal definitiv sagen, war nicht so toll, aber hey, das ist ein anderes Thema. Also, Punkt der Charakterentwicklung geht hier in dem Fall definitiv an Troy. Also da hat Jeremiah gar nichts mitzuhalten, deswegen der erste Punkt an Troy Otto. Als nächsten Punkt habe ich mir hier aufgeschrieben, beste Szene. Und auch hier starten wir einfach mal mit Jeremiah. Ja, und was soll ich da sagen? Naja, seinen Tod fand ich tatsächlich ganz cool. Ich muss sagen, ich habe wirklich nicht wirklich viele Momente, auch wie gesagt, ab und zu ein paar Gespräche mit Nick waren ganz cool. Überhaupt diese ganzen Verhandlungen, die da stattgefunden haben, war schon ganz okay, aber nicht gut. Und da war sein Tod oder sein Abgang, nennen wir es mal, war dann da doch ein bisschen spektakulärer. Gut, man muss auch sagen, man hat diesen Charakter auch wirklich nur eine Staffel gekannt. Und irgendwie es war nicht, wie schon gesagt, er hatte nicht viel Charakterentwicklung, dementsprechend kann er auch nicht viel gute Szene haben. Anders ist es halt wieder mal bei Troy. Denn Troy hat einfach eigentlich nur gute Szenen. Es gibt ganz, ganz wenige Szenen von Troy, wo ich sage, okay, das ist jetzt langweilig gewesen. Oder hier war Troy nicht so Troy-mäßig. Irgendwie, sobald er aufgetreten ist, sobald er angefangen hat zu reden, war es irgendwie episch. Im Prinzip hat jede Szene irgendwo seinen coolen Touch, weil Troy einfach ein, naja, cooler, rundum cooler Charakter ist. Und dementsprechend hat er auch super viele gute Momente. Ob es sowas ist, wo Nick in diesem, ich sag mal, Gefängnis in Anführungsstrichen war, also in dieser Kiste. Und er da so ankommt mit so seiner, seiner Fassrolle, sag ich mal. Und allgemein, das ganze Verhalten von Troy, dieses sowohl Kokeke-mäßige, so lustig, ha ha ha, funny, als auch dieses Ernste. Es steht ihm alles super gut und es passt zu seinem Charakter. Aber eine Szene, muss ich sagen, sticht da einfach heraus. Und eigentlich sind es zwei Szenen. Die eine, muss ich aber sagen, habe ich nicht gewertet, weil es einfach nicht Troy-Szene war, sondern Madison's. Und das ist halt die, naja, Hammer-Szene. Versteht, was ich meine? Nein, die beste Szene in meinen Augen von Troy war einfach, wie er diese riesige Horde mit dem Granatwerfer Richtung, ja, zu Hause, sag ich mal, lenkt. Das ist eine der geilsten Arten in ganz The Walking Dead gewesen, wie irgendwie eine Horde gelenkt wurde. Und gleichzeitig passt es in dem Fall wieder zu seinem Charakter, dieses Draufgänger-mäßige. Und es ist einfach super genial. Und irgendwie allgemein, ich liebe große Horden und vor allem, wenn die halt sehr, sehr bedrohlich nahe kommen. Und das war hier einfach gegeben. Deswegen auch hier definitiv geht der Punkt für die beste Szene an Troy. Als nächstes haben wir den Punkt Relevanz. Relevanz in Fear the Walking Dead, beziehungsweise Relevanz für die Charaktere von Fear the Walking Dead. Hier starte ich einfach mal mit Troy, weil er ist relevant für sehr, sehr viele Dinge. Aber in den meisten Fällen wirklich halt einfach nur für schlechte Dinge. Gut, er ist der Antagonist oder er ist ein Antagonist. Aber irgendwie seine Auswirkungen sind meistens wirklich nur negativ. Es gibt wenig, was passiert ist, nachdem er gehandelt hat, was dann positiv geendet ist. Ob es am Ende sein eigener Tod ist, ob es alles drumherum ist, die Horde, wie er mit Nick umgeht, wie er mit allen, mit Madison umgeht. Alles mögliche. Es ist alles irgendwie immer sehr negativ behaftet. Natürlich gibt es viele Sachen, die die Charaktere von Madison oder Nick oder Alicia. Es gibt natürlich Momente, die weitergebracht haben die Charaktere. Aber immer mit so einem unangenehmen, naja, Nachgeschmack. So ein bisschen fade, weil es halt irgendwie immer so die negativen Sachen sind, die gepusht wurden. Was aber auch in der Welt von The Walking Dead einfach nichts Schlechtes ist und auch nichts für die Charaktere Schlechtes bedeuten muss. Nichtsdestotrotz kann ich aber auch sagen, dass in der letzten Staffel sein Impact einfach groß aufgebauscht wurde und dann halt einfach fallen gelassen wurde. Weil seine Relevanz war schon da, aber irgendwie hat es dann am Ende doch nichts gebracht, weil er einfach nur da war, um nochmal als Fanliebling zurückzukommen. Und darüber hinaus, würde ich sagen, hat er nicht so viel Impact gehabt. In der dritten oder vierten, ich weiß gerade gar nicht mehr, dritten oder vierten Staffel, war es dann noch wohl was anderes. Da war wirklich der Impact ziemlich groß. Wobei ich aber sagen muss, dass ich ein bisschen finde, dass Jeremiahs Einfluss auch nicht ganz unbetucht bleiben soll. Weil man muss bedenken, sowohl die Unterkunft, die hier Madison, Alicia und allen anderen gegeben wird, sowohl das als auch die Tatsache von Madisons Charakterentwicklung, von Nicks Charakterentwicklung und auch allgemein das Drumherum. Mit diesem ganzen, mir gehört das Land, nein, dir gehört das Land, Krieg. Ich muss sagen, das alles hat schon die Charaktere weitergebracht. Plus der Punkt, dass wir so, naja, Ophelia wiederbekommen und was jetzt auch nichts Verkehrtes ist an der Stelle. Man muss sagen, Jeremiah hat jetzt keinen großen Impact auf die Serie gehabt. Aber ich glaube, vor allem Nick wurde dadurch sehr, sehr, sehr krass weiterentwickelt. Was natürlich dann nicht mehr so krank wirkt, wenn man weiß, dass er zwei, drei Folgen später gefühlt einfach nicht mehr da ist. Deswegen ist es hier so ein 50-50-Ding. Irgendwie, ich würde schon sagen, Troy hat mehr Impact. Aber Jeremiah hat halt auch nicht nichts gemacht und hat auch schon dafür gesorgt. Ich meine, ohne Jeremiah hätten wir Troy nie bekommen. Das ist ja schon allein großer Einfluss. Ich glaube, weil ich Jeremiah nicht komplett ohne Punkte hier rausgehen lassen möchte, würde ich einfach sagen, wir geben beiden einen Punkt. Das spricht steht 3-1 für Troy, weil er auch Einfluss hat. Aber Jeremiah halt auch deswegen. Ich möchte ihm hier keinen Nullpunkte-Stand geben, weil Jeremiah, wie gesagt, hat einiges schon ins Laufen gebracht. Aber halt nicht so wie Troy. Als vorletzten Punkt hätte ich hier den großen Punkt Sympathie. Und ich muss ja sagen, normalerweise könnte ich hier jetzt über viele Charaktere ausschweifende Dokumentationen quasi drüber geben. Aber bei Troy und Jeremiah ist mir quasi eine Sache nur ins Auge gestochen. Troy ist ein riesiges Arschloch. Und vor allem ist er ein charismatisches Arschloch. Jeremiah ist ein riesiges Arschloch und auch ein charismatisches Arschloch, nur nicht so cool wie Troy. Also für Jeremiah habe ich ganz, ganz wenig Sympathie. Wie, ich sag mal, es gibt ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, hey, cool, ist das vielleicht ein Charakter, der vielleicht gerade für Nick zum Beispiel richtig große Auswirkungen haben wird. Aber dann sich doch herausgestellt hat, okay, es war doch alles nur Verarsche. Troy, wie gesagt, ist einfach ein cooler Charakter. Deswegen kriegt er auch von mir hier diesen Sympathie-Punkt. Ich meine, ich denke, da werde ich nicht die Einzige sein. Denn ich glaube, der Großteil der The Walking Dead-Fans wird sagen, ja doch, Troy ist ein bisschen mehr sympathischer als Jeremiah. Aber grundlegend kann man festhalten, die Sympathie basiert einfach wirklich darauf, dass das eine ein charismatisches Arschloch ist und das andere ein charismatisches Arschloch ist, was aber halt nicht so cool ist. Und das zeigt schon, was das für Charaktere sind. Ja, somit stand es jetzt 4 zu 1 für Troy, was eigentlich nicht zu, also war ja schon eigentlich logisch, aber hey, wir haben ja noch das große 1 vs. 1 vor uns. Und hier einmal kurz zur Erklärung, wie ist dieses 1 vs. 1 aufgebaut? Und zwar, wir befinden uns erstmal auf einem neutralen Boden. Beide Charaktere haben weder vor noch Nachteile von diesem, ich sag mal, Battlefield, von dieser Arena. Und es sind beide Charaktere in ihrer Prime. Das heißt wirklich die beste Version ihrer selbst, die wir in der Serie gesehen haben. Und das 1 vs. 1 gibt zwar nur einen Punkt, aber es wird in drei Punkte unterkategorisiert. Und zwar haben wir den Nahkampf ohne Waffen, heißt Schlichter, Faustkampf, Hand-to-Hand-Combat. Das ist der erste Punkt. Dann gibt es den Nahkampf mit Waffen, sprich Messer, Schwert, Blakring, Baseballschläger, irgendwas. Sucht es euch aus, womit der Charakter vielleicht auch wirklich am besten klarkommt. Und zu guter Letzt haben wir dann das Schusswaffen 1 gegen 1. Jegliche Waffen, ob Scharfschützengewehr, ob Pistole, alles mögliche, was Fernkampfwaffen betrifft. Ja, und ich bin ganz ehrlich, hier gibt es nicht viel zu reden. 1 gegen 1, Nahkampf ohne Waffen. Troy, also er macht seinen Vater wahrscheinlich schon fertig. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es nicht die familiäre Beziehung ist, die den beiden im Weg steht, würde Troy ihn komplett fertig machen. Ich muss sagen, grundlegend würde Troy wahrscheinlich eher zurückhaltender reagieren, wenn es um Leben und Tod geht, als sein Vater. Also ich glaube, sein Vater würde, also Jeremiah würde Troy eher schlagen als Troy Jeremiah. Aber nichtsdestotrotz, wenn es um Leben und Tod geht, von der reinen Kraft und von den reinen Skills her, würde Troy hier komplett absahnen. Und das Ganze wird natürlich nicht gerade besser oder wird sich ändern, wenn wir hier beiden noch ein Messer oder ein Schwert oder eine Axt oder irgendwas geben. Beide haben jetzt nicht so ihre Main-Waffen, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so was Markantes wie halt ein Baseballschläger mit Stacheldraht drumherum. Aber wir geben ihm einfach irgendeine Waffe und da wird das gleiche Ergebnis bei rumkommen. Jeremiah wird untergehen, weil er einfach nun mal wesentlich älter ist und auch Troy wesentlich besser ausgebildet ist in dem, was er macht. Ja und auch bei den Fernkampfwaffen, egal ob Pistole oder Gewehr oder Scharfschützengewehr. Ja, Jeremiah kann bestimmt gut mit Waffen umgehen, das ist keine Frage. Aber auch hier hat Troy die wesentlich größere Ausbildung. Hier ist kaum Diskussionsspielraum für, okay, Jeremiah könnte doch gewinnen. Ich würde auch wesentlich intensiver darauf eingehen, aber es kommt halt einfach dazu, okay, beide kriegen eine Pistole, beide kriegen ein Sturmgewehr. Und wenn es um Leben und Tod geht, ist Troy einfach im Vorteil. Er hat die Ausbildung, er hat die Kenntnisse, er ist wesentlich jünger, agiler, schneller als sein Vater. Und dementsprechend geht er hier aus jedem 1 gegen 1 Kampf als Gewinner raus. Dementsprechend kriegt er den 1 gegen 1. Ja und damit kämen wir auf das Ergebnis 5 zu 1 für Troy Otto. Und ich bin ganz ehrlich, es war nicht überraschend, ich hätte selbst, wenn ich jetzt hier spontan reingestartet wäre und hätte nicht das Skript geschrieben für hier, wer und wer kriegt wie und wie die Punkte. Hey, also Jeremiah ist halt alt, er ist nicht so besonders wie Troy und vor allem haben wir ihn jetzt auch nicht so oft in der Serie gesehen, dass wir sagen können, okay, hey, der hat doch ordentlich Bums unermindern. Deswegen hier an der Stelle Glückwünsche an Troy, du bist in der nächsten Runde. Ihr seht jetzt eingeblendet, gegen wen er dann wahrscheinlich kämpfen muss, beziehungsweise gegen wen er kämpfen könnte, denn das wird dann im nächsten Video entschieden. Und an der Stelle seid ihr gefragt, hättet ihr ähnliche Punkte vergeben, beziehungsweise hättet ihr ähnlich die Kategorien ausgewählt und den entsprechenden Charakteren zugeordnet? Wie ist eure Meinung zu diesem Ergebnis? Seid ihr ziemlich d'accord damit oder sagt ihr eher so, na, muss ich sagen, ist nicht so, ich hätte Jeremiah wesentlich mehr Punkte gegeben? Ich glaube zwar nicht, dass es so oft in den Kommentaren stehen wird, aber wenn, dann haut gerne raus, warum ihr so der Meinung seid. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Wenn ihr die anderen 1 vs. 1 sehen wollt, verlinke ich sie euch jetzt hier gerne mal, beziehungsweise die ganze Fear the Walking Dead Charakter Clash Playlist wird hier an der Stelle verlinkt. Checkt sie gerne aus, guckt euch die anderen Videos an und seid gespannt auf die nächsten Clashs, wird auf jeden Fall noch einiges Cooles bei rumkommen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin, bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.